Maria Jesus und Maria Was trug Maria unter ihrem Herzen? Wie die erheizt du? Ein kleines Kindlein ohne Schätzchen Das trug Maria unter ihrem Herzen Jesus und Maria Da haben die Donen Rosen getragen Für ihre Herzen Als das Kindlein durch den Wald getragen Da haben die Donen Rosen getragen Jesus und Maria Der Sonnen Kind in sein Treue Der Sonnen Kind in sein Treue Der Sonnen Kind in sein Treue Jesus und Maria Wie soll dem Kind sein Name sein? Der Sonnen Kind in sein Treue 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 Jesus und Maria Jesus und Maria Der Sonnen Kind in sein Treue 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 But we hope you'll enjoy our virtual Minz Pies concert We begin with two traditional German Advent songs Maria durch ein Dunwald ging Mary walked through a wood of thorns sings the praises of Mary, the mother of Jesus. And, es ist ein Rosensprungen, a rose has sprung up, refers to the prophecy in Isaiah that the Messiah will be born from the root and stem of Jesse. And, es ist ein Rosensprungen, a rose has sprung up, und hat ein Blühmein bracht, mitten im kalten Winter wohl zu der hohen Nacht. Das Roslein, das ist meine, da von Jesus sagt, hat uns gebrucht alleine, nah wie die Ruhe deiner Macht. Aus Gottes Leben gebracht, hat sie ein Kind geboten, welches uns er lieb macht. O Jesu, bis zum Scheiden aus diesem Gehalten, Lass dein Hilf uns erleiden, he in den Freunden sein. In deiner Sorte's Reich, da will ich dich heavy loben, und hat uns gebrucht, und hat uns gebrucht. Und hat uns gebrucht. Two more Christmas songs next. The second one is a beautiful setting of an Austrian Christmas lullaby called Stil, Stil, Stil. But before that, we're delighted to be joined by Ben, playing the Cajon to perform a lively Spanish Vila Antico, Riu, Riu, Ciu. Sonat heного Zarengerga, dem Haar von Hapsh��� und hat uns gebrucht. Der Kehr ist meine, die Kraft hat, aber es hat uns gebrucht, , die Heilige Kirchnerным zasına Untertitelung des ZDF, 2020 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 Still, 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 mein Liebeskindlein still, Die Englein leiser für dich singen und verbrochen sanfter klingen, still, 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 mein Liebeskindlein, still, still, still. Still, 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 still Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 But first, Jingle Bells. Jingle Bells Jingle Bells Jingle Bells Have yourself a merry little Christmas, may your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the old tide come. Be out of sight. Here we are, as in olden days, happy golden days. Happy golden days. Faithful friends who are dear to us will be made to us once more. Through the years we all will be together. A merry little Christmas. A merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. 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 Thank you to Mr Fraser and all the college men for allowing us to perform in the beautiful setting of College Hall. We hope you have been able to find your own mince pies to enjoy as you have listened to this and we look forward to providing them for our live audiences next year. To end, a version of the twelve days of Christmas. On the first day of Christmas my true love sent to me a portrait in a pear tree. On the second day of Christmas my true love sent to me two little doves and a portrait in a pear tree. On the third day of Christmas my true love sent to me five golden rings. Four calling birds and two turtle doves and a portrait in a pear tree. On the ninth day of Christmas my true love sent to me five golden rings. Four calling birds and two turtle doves and the partridge in a pear tree. You better not chill. You better not chill. You better not chill. You better not możliive, you better not in a pear tree. On the ninth day, on the eighth day. Come on. On the eighth day of Christmas my true love sent to me five seconds come to swim in Six-Tis-A-Lay. One golden rings. Four calling birds and three French eves and two turtle doves and the besties. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020